Musik Hey Leute, heute habe ich ein ganz besonderes Video für euch und zwar habe ich mich mit den Mädels von Miss A befasst. Sie haben ja ein Comeback gehabt und zwar mit dem Song Only You und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin richtig ausgerastet, als ich erfahren habe, dass man da Schrei hören kann. Musik Musik Ich habe zuerst mal gar nichts davon mitbekommen, aber dann habe ich es gehört und dann konnte ich gar nicht mehr weghören sozusagen. Ich habe es dann nur noch gehört. Aber jetzt inzwischen denke ich mir so, ach, das kann eigentlich nur Absicht sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass eigentlich so eine teure Produktion sowas dann einfach schweifen lässt und das dann wirklich noch mit ins Album nimmt. Ich denke, das sind auf jeden Fall Soundeffekte und ihr braucht euch wirklich keine Daumen zu machen. Aber ich will jetzt auch gar nicht so viel über den Song reden, sondern eher über die Outfits. Musik Auffällig ist natürlich, dass die Mädels immer Sets anhaben in verschiedenen Farben, sei es Pink, Blau, Türkis, Neon, Rosa. Ich weiß nicht mehr, wie viele Farben da jetzt genau waren bei den ganzen Comebacks. Ich habe mich für Blau entschieden und hier seht ihr mein sehr, sehr sexy Outfit, was ich total cool finde. Ich habe ein Bustier von H&M an, einen Blazer von H&M an und einen Rock von H&M. Ja, das ganze Outfit ist eigentlich von H&M, außer meine Schuhe sind von Aldo. Aldo. Und das Ganze ist fertig. Ihr seid jetzt ready für Miss Ace. Only you. Musik Ich hoffe, euch ist das Video gefallen und das Outfit auch. Gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben und abonniert diesen Channel für noch mehr Videos von mir. Und ich sehe euch dann ganz bald in meinem nächsten Video wieder. Also, tschüttels! Musik 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 Musik